Eines sage ich euch, Freunde. Das hier ist ein Neuanfang in dieser Stadt. Macht die Tür bitte zu. Macht die Tür bitte zu. Der Beat ist zu lang. Die Leute müssen hören, was ich sage. Das ist ein Neuanfang in dieser Staffel. Das ist ein Neuanfang im Neomagazin. Ich sage euch eine Sache, was ich in dieser Staffel vorhabe. Ich habe mich getrennt. Ich habe mich getrennt von den ganzen Fotzen mit ihren Negativkommentaren. Das hier ist öffentlich-rechtliches Digitalspartenfernsehen. Da sind viele Hyänen um mich rum. Und die wollen ihr Brot abhaben. Und die wollen ihre Krümel abhaben davon. Vom Keks. Ihre Kekskrümel. Ihr Stück vom ZDR Fernsehgarten. Aber die kriegen gar nichts mehr vom ZDF. Die Zuschauer, nur die Zuschauer, die seit Tag 1 mit mir sind. Die sich bewährt haben. Die sind an meiner Seite. Und ihr seid donnerstags bei Neo und Freitagnachts nach Aspekte im ZDF-Hauptprogramm. Zur Alpha-Zeit. Entweder dabei oder nicht. Und was ich euch mitgeben will, diesen Herbst. Ich habe eine Verantwortung. Ich bin mehr als ein Moderator. Ich bin mehr als ein digitaler Spaten-Cloud. Ich habe Neo von Null aufgebaut. Und ich stehe an eurer Seite, wenn ihr mir folgt. Aber ich will keine Follower. Ich will, dass ihr mehr seid als irgendwelche Rundfunk-Beitragszahler. Ganz kurz. Hör mal auf zu boxen. Hier, zack. In die Fresse. Zack. Und hier. Leberhaken. So. Ganz kurz. William ist am Start. Als Sprecher hat er schon alles zerfickt. Seit 8, 9, wie vielen Jahren? 10 Jahren? Jetzt wird er die Sinne zerficken dieses Jahr. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Es wird einiges auf euch zukommen. Diese Staffel. Wir werden Sendungen machen, die das ganze Fernsehen zerbersten werden. Alles ist vorbei. Alles. Ich habe überlegt. Ziehst du dich zurück? Machst du Gönnjamin? Machst du Familie? Aber ihr seid auch meine Familie. Ihr seid meine Familie. Du bist meine Familie. Und jeder da draußen hat das Zeug zum Neo-Magazin zu schauen. Zum Überzuschauen. Dieses Potenzial. Das musst du entdecken. Das musst du fördern. Das Feuer entfachen. Und ich stehe an deiner Seite. Wenn du einmal Neo bist. Hier. Dann stehe ich hinter dir. Wie eine Wand. Bis zum Tode. Und mein ganzes Team auch. Mein ganzes Team. Fernsehen ist kein Hexenwerk. Alle anderen wissen nur nicht, wie es geht. Morgen geht die Show wieder los. Wir sind den ganzen Tag am Arbeiten im Studium. Seit heute. Ich grüße dich, Shahak aus der Neo-Mentoring-Gruppe. Und wenn ich das sehe, wenn ich die persönliche Konversation führe mit euch, ohne finanzielles Interesse, weil es mir wichtig ist, wie es euch geht. Wenn ich dann rede, also in der Sendung. Dann brennt das auch wieder. Dann brennt das. Hier brennt das dann. Da. Ich habe einen Penis. Und deswegen geht das hier weiter jetzt. So, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das hier richtig los, Herr. Richtig los. Merkt euch diese Worte. Dieses Jahr wird alles zerfickt. Themen. Es gibt so viele Themen. Österreich. Hans-Christian Strache. Was ist los? Wo bist du? Ich will dich brennen sehen. Regenwald brennt. Amazonas brennt. Wenn ein Baum brennen kann, kannst du auch brennen. ZDF Fernsehgarten hat gebrannt. Brandenburg. Sagt der Name schon. Brennt. Wochenende. 20 Prozent. 26 Prozent von Sachsen stehen in Flammen. Und am Donnerstag holen wir zusammen. Wir. Die C-Rohre raus. Und dann wird gelöscht. Mit Benzin. Neomagazin Royale. Wo? 20.15 Uhr. In der Mediathek. ZDF Mediathek. So, das ist abends Zeit im Fernsehen. Wie viel Uhr? Neo? 22 Uhr. Ungefähr. Und Freitags? Freitagabend wo? Freitagabend? ZDF. Hauptprogramm. Haupt. So, und was ist das? Neomagazin Royale. Was ist das, Jungs? Neomagazin Royale. So. Was ist das, Jungs? Neomagazin Royale. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020